Kümmerliche Vorstellung Tja, ich würde sagen, du bist hier beim Risen 1 Magic Only Run. Neulich habe ich Gothic 1 bis 3 nur mit Magie durchgespielt und das gleiche wollte ich dann in Risen 1 auch versuchen. Da ich am Anfang in Risen 1 überhaupt keine Möglichkeit hatte, Magie zu wirken, bin ich an allen Monstern vorbeigerannt. Naja, eigentlich bist du eher wie ein Wahnsinniger vorbeigesprungen. Ja, das stimmt wohl, aber irgendwie muss man ja an den Viechern vorbeikommen, ne? Jo, so ist es. Bei einer verlassenen Hütte habe ich dann einen netten Mann getroffen. Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Der Mann mit dem Schwert hat mich dann zum nächstgelegenen Bauernhof gebracht. Dort habe ich mich dann auf dem Feld nützlich gemacht. Den ältesten der Novizen habe ich mit meinem Charme verzaubert. Ich bin einfach charmant. Und zu guter Letzt habe ich noch die Wölfe aus der nahegelegenen Mine zum Hof gelockt. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Nein, aber du. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Ja, und das habe ich dann auch getan. Einer der Novizen hat mich in Richtung Hafenstadt begleitet. So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit. Ja, zeig's ihm. Mach das Vieh platt. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. In der Hafenstadt angekommen, habe ich erst mal für den Orden gearbeitet. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Was klingt schmutzig, Pfeffer. Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltrinken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut. Du wirst dich dem Orden stellen. Nein, bitte. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Doyle hat sich dem Orden gestellt. Was redest du denn da für einen Unsinn? Sid will sich verdrücken. Lassen wir ihn ziehen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut. Wie hast du ihn? Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Ich fand diese Schatulle hier. Romanov steht drauf. Potz, Blitz! Hier sind fünf Rüstungsplatten für dich. Lukor wollte sie in seinen Besitz bringen. Ich habe Carrasco die Rüstungsplatten gebracht. Verstehe. Verstehe. Hier. Das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich habe Donners de Bandsamonette gefunden. Ja? Ist ja riesig, Mann. Wo hast du es? Ich nicht mehr. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja? Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Ja, und hier kam es jetzt zu einem ersten kleinen Problemchen. Ich durfte nicht kämpfen, aber ich musste irgendwie Skordo loswerden. Also habe ich mir eine Waffe angelegt, sie gezogen und ihn so wütend gemacht. Steck die Waffe weg! Den guten Skordo habe ich dann zu Ukos gelockt und ich habe mich so positioniert, dass Skordo Ukos aus Versehen schlägt. Und den Rest seht ihr dann. Stell dir mal vor, Skordo gewinnt. Ja! Ich liebe es ja, wenn ein Plan aufgeht, Herr Rer. Skordo, der Anführer der Schmuggler, war besiegt und ich konnte den super geheimen Eingang zur Stadt öffnen. Du hast uns in dieser Stadt einen sehr großen Dienst erwiesen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Wie sieht's mit meiner Ausbildung in der Vulkanfestung aus? Ich denke, du bist jetzt soweit, junger Mann. Ich werde dir meine Empfehlung geben, wenn du es wünschst. Ja, und genau das habe ich mir dann auch gewünscht. Und so ging es mit Empfehlungsschreiben in der Tasche zur Vulkanfestung. Ich habe diesen Brief von Carlos. Aha. Ich entscheide mich für den Weg der Magie. Dann geh nun in den Raum nebenan. Dort erwartet dich bereits der Novize Taylor. Er wird dir eine Robe geben und dir alles weitere erklären. In der Vulkanfestung gab es nun ein weiteres Problem, was ich lösen musste. Und zwar die Grundausbildung. Eigentlich muss man ja drei Arena-Kämpfe und den Kampf gegen Bronco machen, damit man die Grundausbildung abschließt. Aber ein sehr netter Mensch aus meinem Kommentarbereich hat mir einen Tipp gegeben, wie ich das Ganze auch ohne schaffen kann. Als erstes muss man dafür sorgen, dass das Tor der Vulkanfestung geöffnet wird. Und dafür nimmt man einen Witz-Zauber-Spruch und verzaubert die Wache Winz. Dann kann man unbehelligt an ihm vorbeilaufen und zum Meister Ignatius gehen. Ja, und dann kam der schwierigere Part. Man musste die einzelnen Leute, die alle mit der Grundausbildung zu tun haben, rauslocken und umbringen. Beziehungsweise umbringen lassen. Das Problem hier war natürlich, dass die Wachen sich ebenfalls eingemischt haben und einen auch verfolgt haben. Naja, aber irgendwann ist es mir gelungen, die einzelnen Leute dann doch rauszulocken. Es hat aber seine Zeit gedauert. Kato wurde von Stachelratten umgebracht. So ein Lappen. Bronco war aber viel zu stark und er hat sogar mit der Panzergrille kurzen Prozess gemacht. Deshalb bin ich in die nahegelegene Ruine gelaufen und hab die Stachelfalle den Rest erledigen lassen. Ich bin ja so ein Schützor. Irgendwann kriege ich dich und dann kannst du was erleben. Ja, mein Plan hat funktioniert. Taka war noch der letzte, den ich in die Stachelfalle locken musste. Und das hab ich dann auch getan. In der Ruine hab ich mir dann natürlich auch noch gleich den Feuerkristall geschnappt. Den brauchte man ja für eine spätere Quest. Mach's gut, Kleiner. Was hast du getan? Ich, ähm... Bronco ist tot. Dafür solltest du eigentlich hingerichtet werden. Aber wir geben dir noch eine Chance. Du kannst bleiben und deine Prüfung fortsetzen. Du wirst natürlich bestraft. Ich entziehe dir deinen Fall. Du wirst dich nicht weiter um den Mord an Hemmler kümmern. Aber... Ich will nichts hören. Halte deine Wut und deine Waffen zurück. Nun, was auch immer geschehen ist. Ich denke, die Grundausbildung ist nichts mehr für dich. Wenn du trainieren willst, so tu das. Doch wenn du meinst, dass du genug trainiert hast, sprechen wir über deine Zukunft. Mein Training ist beendet. Das Training eines Kriegers endet nie. Vergiss das nicht. Jedoch darfst du dich nun deinen weiteren Aufgaben widmen. Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Her, nimm die 10 Äpfel. Ast rein! Her, nimm den Eintopf. Der ist ja schon kalt. Und jetzt? Oh, ein Buch. Habe ich deine Prüfung bestanden? Ja. Gut, dann gib mir deine Schreibfeder. Hier, bitte. Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Was passiert, wenn ich das hier anfasse? Ach du Scheiße, ich bin dein Schneckenfeld. Stell mir eine Prüfung, Meister. Was? Ah, hier steht's. Jorben, sonst wie das Leiden macht glücklich. Was steht da wirklich? Hier ist die Spruchrolle. Hm, du hast die Prüfung bestanden. Ich habe alle Bücher gelesen. Und du hast Weisheit erlangt. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Meister Abrax schickt mich. Ich tue euch nichts. Noch nicht, Kette. Hier sind deine Pflanzen. Oh ja. Ich habe die Artefakte von Severin bekommen. Die Artefakte? Ich denke, ich habe alle Prüfungen geschafft. Ja. Meister Ignatius schickt mich. Ich soll mir eine würdige Waffe abholen. Hey, du hast es geschafft. Ich bin bereit für die Aufnahme. Dann folge mir in die Heilige Halle. Die Beschützer der Flamme sind versammelt, damit du den Schwur des Bundes ablehnen kannst. Wurdest du geprüft? Ja. Bist du bereit, den Schwur zu leisten? Ja, ich bin bereit. Dann lasst uns beginnen. Wirst du die Heilige Flamme, den Bund und seine Gesetze ehren? Das werde ich. Ja, ich war endlich Magier und hatte nun auch endlich die Fähigkeit zu zaubern. Meister Proper hier hat mich dann noch zu seinem engsten Vertrauten ernannt und ich durfte einige Aufgaben für ihn erledigen. Capital 2 war angebrochen und ich hatte sehr viel zu tun. Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen zum Ursprung der Heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die Einzige, die uns noch helfen kann, steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Erstmal musste ich ja die fünf Kristallscheiben besorgen. Zunächst war ich jedoch nochmal im Keller der Vulkanfestung. Dort konnte ich das Skelett besiegen und kam auch an den Magiekristall. Der Schaden des unaufgewerteten Feuerballs ist eigentlich schon recht ordentlich. Aber ich habe mich trotzdem für das magische Geschoss entschieden. Das magische Geschoss habe ich direkt auf Stufe 5 gebracht und mit den restlichen Lernpunkten, die ich noch hatte, habe ich ein bisschen Mana gelernt. Und jetzt konnte ich auch endlich mal ein paar Gegner besiegen. Und auch noch einige weitere Quests erledigen. Kommt her, jetzt mache ich euch kleinen Scheiße fertig. Mit dem magischen Geschoss zu arbeiten macht echt Spaß. Aber das ist ganz schön kostenintensiv, wenn es um Mana Tränke geht. Und deshalb musste ich erstmal zusehen, dass ich an Mana Tränke komme. Meine Reise hat mich zu den Banditen in den Sumpf geführt. Hier habe ich nach Schätzen gebuddelt, paar Viecher gekehlt und im Anschluss bin ich zu Don Esteban gegangen. Werde mal konkret, wem soll ich helfen? Einer Frau. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Da hast du sie. Gib mir Mana Tränke. Lass uns zusammen meditieren. Öffne deinen Geist. Gut. Im Banditenlager hatte ich erstmal nichts mehr zu tun. Also bin ich zur Hafenstadt gegangen. Dort angekommen, habe ich mich um den Frauenschläger Eriksen gekümmert. Ich will hier... Du wohnst gerade... Was haben wir denn da? Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Da steht ja nur, dass 60% der Leute den Kanal noch nicht abonniert haben. Zusammen mit Patty ging's dann wieder Richtung Westküste. Und unterwegs hatten wir auch ganz viel Spaß. Nachdem ich mit Patty zur Westküste gegangen bin und für sie einen Schatz ausgebuddelt habe, schickte sie mich los, um fünf weitere Schätze auszubuddeln. Ja, was man nicht alles für diese wunderbare Frau tut. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Am Wegesrand habe ich einen dicken, bärtigen Mann getroffen, den ich für mich als Kampfgefährten gewinnen konnte. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Zusammen mit meinem neuen Freund erforschte ich die Westküste und besuchte ein Panzergrillenpaar. Wir kriegen dich. Unweit der Panzergrillen befanden sich einige Untote. Den haben wir natürlich auch guten Tag gesagt. Hier ist was vergraben. Nach einigen erbitterten Kämpfen fand ich auch eins der namenlosen Gräber, das ich untersuchen sollte. Wie ich sehe, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Sehr gut. Meine neu dazu gewonnenen Lernpunkte investierte ich in Mana. Was kannst du mir beibringen? Ich will meine magische Kraft steigern. Lehre deinen Geist und forme eine Hülle. Eine Hülle voller Energie. Weiter so! Danach habe ich meinen ganzen Kram verkauft und mir weitere Mana-Trinke besorgt. Direkt im Anschluss ging es auf Gräbersuche. Bei der Suche nach den Gräbern konnte ich einen schönen Waldspaziergang machen und die Bewohner des Waldes kennenlernen. Als ich mich mit den Waldbewohnern ausgetauscht hatte, griff ich zur Schaufel. Kurz danach ging es zur Küste. Dort besiegte ich einige Flattermänner und fand das nächste Grab. Und so hatte ich auch das letzte Grab gefunden. Über einige Umwege habe ich mich zurück zu Patty gemacht. Als ich zurückkam, stellte ich fest, dass Patty nicht mehr da war. Deshalb habe ich meine Wut an Ind einem Unschuldigen ausgelassen. Zorn erfüllt, machte ich mich auf die Suche nach Patty. Und jeder, der sich mir in den Weg stellte, sollte es bereuen. Das klingt aber dramatisch. Als ich einen untoten Burgherrn und seine Gefolgsleute fragen wollte, ob sie Patty gesehen haben, antworteten sie mir nicht. Und ich machte sie alle fertig. Erstmal auftanken. Wurm, du Wurmgraf. Auch die nächste Gruppe war nicht sehr gesprächig. Und deshalb ließ ich meine Magie sprechen. So, ich brauche noch einen Schluck. Mana-Tränke schmecken wie das blaue Salitos. Hey, willst du nicht kämpfen? Nein. Okay. Komisch, auch dieser Ghoul wollte nicht gegen mich kämpfen. Ich glaube, er ist schüchtern. Ich glaube, er ist tot. Du hast recht, hä. Ich wollte herausfinden, ob Patty sich in einer dieser Kisten versteckt hält. Das war nicht der Fall, aber aus Zufall habe ich den sagenhaften Schatz ihres Vaters gefunden. Das ist auch okay, denke ich. Irgendwann habe ich dann meine beste Freundin Patty doch noch gefunden. Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanoff begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Ja, und dann ist mir eingefallen, dass ich Patty ja doch nicht mag. Was ich aber mochte, waren meine 30 Lernpunkte. Und die habe ich erstmal weiter in das magische Geschoss investiert. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Beim nächsten Mal wirst du lernen, wie du noch schneller Geschosse abfeuern kannst. Mein magisches Geschoss war nun auf Stufe 8. Und danach bin ich nochmal kurz in die Stadt gegangen und habe mir weitere Mana-Tränke gekauft. Mit meinem nun viel stärkeren Zauber kämpfte ich mich durch die halbe Weltgeschichte und kam irgendwann bei diesem Turm hier an. Hm, lecker. Als ich mit meiner kleinen Erkundungstour fertig war, ging es dann zum Osttempel. Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die scheiß Ruine hier ist saugefährlich. Weißt du, wer auch gefährlich ist? Nee. Na ich, du Torte. Siehst du, und genau deshalb hast du wenig Redezeit. Mano. Es ging weiter in die Tiefen des Osttempels. Na bitte, geh doch. Tiefer und immer tiefer wagte ich mich in die Gewölbe des Osttempels vor. Auf der untersten Ebene fand ich einige Skelettkrieger und einen Schweinepriester. Ein Echsenpriester. Ja, richtig, einen Echsenpriester. Gern geschehen. Schnauze. Nachdem ich den Osttempel verlassen hatte, waren überall diese Echsenmenschen. Die Verschwörungstheorien sind also doch wahr. Ich wusste es immer. Auf meiner Reise zur Ostküste kam ich an diesem Grab vorbei. Dort lebte der gute Patroskon. Und der hatte einen schönen Schild. Und diesen Schild habe ich mir erstmal stibitzt. Ich bin eine Schilfkröte. Nein, du bist einfach nur ein Trottel. Ey, Schildkröten sind cool. Boah, das magische Geschoss ist so nice, ey. Oh, was machst du denn hier? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Eldrick endlich auftaucht. Beim guten Meister Cyrus konnte ich meinen ganzen Krempel loswerden. Ich brauchte nämlich nochmal ein bisschen Gold. Außerdem konnte ich mir auch einen zweiten schlechten Mana-Ring kaufen. Den ersten davon habe ich in einer Truhe in der Nähe der Vulkanfestung gefunden. Und nach meinem kleinen Handel ging es zurück in die Vulkanfestung. Und dort konnte ich beim Meister Vitos endlich die maximale Stufe des magischen Geschosses lernen. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Nun ist es soweit. Du hast dein Wissen über den Kristall gemeistert. Nicht ich und niemand sonst kann dir noch etwas darüber beibringen. Du bist ein wahrer Meister des magischen Geschosses. Als ich mich zurückteleportierte, hatte ich einen kleinen Grafikfehler. Auf einmal waren alle Schatten verschwunden. Ich hab hier was für dich. Zusammen mit Meister Cyrus und dem zu groß geratenen Wuffy machte ich mich auf die Suche nach Eldrick. Und meine magischen Geschosse waren jetzt schneller denn je. Sollte dich! Du bist weg! Los, such weiter! Und hinter dieser magischen Barriere waren riesige Wölbe und sehr viele Echsenmenschen. Den Droiden Eldrick habe ich aus der Gefangenschaft der Echsen befreit und wir sind zusammen zurück zu seiner Hütte gegangen. Und nachdem ich Eldrick eine halbe Stunde vollgequatscht hatte, war er auch bereit, mir zu helfen und die kaputte Kristallscheibe zu reparieren. Einer dieser komischen Kristallscheiben, um das Tor zum Vulkan zu öffnen, fehlte mir noch. Aber es gab eine Spur. Der Gürger. Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Ha! Ist das der Gürger? Mir nass! Weg da! Ich will ballern! Ist das jetzt vielleicht der Gürger? Ja, den Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Aber das ist doch jetzt bestimmt der Gürger, oder? Verdammte Scheiße ist der groß! Das hat deine Vorgester auch zu mir gesagt. Spaß! Mach dir nicht den Cent! Der Gürger, das ist er! Voll der Knecht! Na ja, ich hatte alle goldenen Kristallscheiben zusammen und konnte zurück zur Vulkanfestung. Hier sind sie, alle fünf Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Nicht mehr genug Macht. Ja, und der böse Feind hatte sich auch irgendwie schon in der ganzen Vulkanfestung breitgemacht. Und da musste ich natürlich helfen. Jetzt geht's voll auf die Schnauze! Das hatte das Viech verdient. Genau so! Ich habe alle Magie gefunden. Und? Was ist mit ihnen? Hallas ist tot. Tot? Die Eindringlinge machen keinen Ärger mehr. Nachdem die Vulkanfestung wieder sicher war, habe ich bei Meister Abrax Alchemie gelernt und mir ein paar permanente Mana-Tränkel gemacht. Immer rein mit dem Zeug. Viel hilft viel. Und ein paar weitere Mana-Punkte habe ich bei Meister Vitos gelernt. Ich will meine magische Kraft steigern. Lehre deinen Geist und forme eine Hülle. Eine Hülle voller Energie. Weiter so! Ja, die Festung war mehr oder weniger sicher. Mehr oder weniger, weil ich die Quest irgendwie nicht abschließen konnte. Irgendwo schien noch ein Echsenkrieger rumzulungern, aber ich habe ihn nicht gefunden. Also bin ich erstmal in den Vulkan gegangen. Und hier unten ging's direkt zur Sache. Du, siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Tor öffnen? Sollte man hinbekommen. Ich habe mich auf die Suche nach einer Winde gemacht. Ich bin der Schneckenmann. Woher? Überraschung! Jetzt ganz vorsichtig. Ich bin so krass. Bleib mal auf dem Teppich. Und deshalb habe ich mich auf die Suche nach Winde Nummer 2 gemacht. Jetzt ist es, Chi. Steh dir mal vor, da ist ein großer, zieh drunter. Nicht lustig? Ach man. Was soll der Unsinn? Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. In diesem Run habe ich auch realisiert, dass man Winden mit Magie betätigen kann. Tja, man lernt nie aus. Wer ist Jorgens? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das stimmt. Es ging erstmal wieder an die frische Luft. Und ich habe mir den Ogre Dork zur Hilfe mitgenommen. Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Eldrik, sag mal, wie wärs mal mit helfen? Weißt du, er hat den Jagdtrupp gesehen, geht aber nicht dahin und raucht sich den dicksten Dübel da oben. Eldrik ist ein Schwein. Eldrik ist ein Schwein. So, jetzt ist es raus. Ich hoffe, du hast deinen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das ist nur ein leeres Blatt Papier. Es kam zu drastischen Mitteln. Der arme Ordenskrieger Vince musste ein Loch in die Wand hacken. und ich musste mal wieder zum Schneckenmann werden. Das tut Ihnen ein bisschen weh. Dafür tue ich jetzt der Echse weh. Erechtigkeit. So nenne ich das. Junge, was laberst du da eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich habe dann noch weitere Echsen fertig gemacht und die Winde betätigt, damit die Zugbrücke runtergefahren wird. Das goldene Tor. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Such das Grab von diesem Ursegor. Bla bla bla. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen. Nach so vielen Jahren. Hallo. Der gute Ursegor wollte, dass ich ihn befreie. Aber dafür musste ich drei seiner alten Kumpels verprügeln. Und das habe ich dann auch getan. Mit Magie. Magische Schläge. Das war ja fast knapp. Ich habe die Splitter gefunden. Das ist gut. Endlich. Es ist soweit. Männer! Tötet ihn! Darf ich mich nicht bewegen oder was? Ne. Und ich hau jetzt ab. Du darfst nicht mit haben. Du darfst nicht mit haben. Das ist gemein. Ich helfe dir! Ey Jungs, wir können doch über alles reden, oder? Ich? Okay. Dann eben nicht. Nun, es gibt fünf Gräber. Und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Haare finden. Alles zu seiner Zeit. Lass mich hier erstmal kurz aufräumen. Doch vorher wird es Zeit, dich in unseren Kreis aufzunehmen. Du hast Großes vollbracht und weist um die Geheimnisse der Magie. Und das bedeutet? Eigentlich bedeutet das, dass ich Meister werden kann und eine neue Rüstung bekomme. Aber irgendwo war noch ein Echsenkrieger, den ich nicht getötet habe. Oder die Quest war verbuggt und ich konnte somit kein Meister werden. Also bin ich ohne die neue Robe losmarschiert. Und so begann die Suche nach den fünf Rüstungsteilen. Einige Kämpfe mit einigen Echsenkriegern standen an. Die Trierendor. Hat geklappt. Das erste Echsenkrab in der Nähe von Severins Hof geht immer ganz schnell. Ein Glück. Ja. Fehlten nur noch vier. Mit dem Echsenkrab beim Banditenlager ging es weiter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Los, lauf da rein, los Knochenmann! So, und damit hatte ich auch das zweite Teil des Titanen Sets. Weiter ging's mit den Echsengräbern in der Vulkangrotte. Diese Momente, wo man's immer noch ganz knapp schafft, das sind die besten Momente. So. 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 Es gibt ja wenige Echsenpriester in Risen und viele davon gehen auch automatisch in den Nahkampf. Aber wenn sie mal mit Magie arbeiten, dann tut's weh. Dann lass dich halt nicht treffen. Halt einfach deinen Maul. So, jetzt ist der andere auch dran. So, und Teil Nummer 4 gehörte nun auch mir. Weil ich in den Echsengräbern viel gekämpft habe, bin ich auch einige Level-Ups gekommen. Und meine neu dazugewonnenen Lärmpunkte habe ich in den Frostkristall investiert. Lehre mich dein Wissen über die Frostmagie. Erweiterst du dein Wissen noch einmal, wirst du den Kristall wahrhaft beherrschen. Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach was, ist ja interessant. Was wirklich interessant war, war, dass ich jetzt mal die ganzen Echsenkriege auch einfrieren konnte. So kann man zum Beispiel auch taktisch vorgehen und alle einfrieren und zuerst den Echsenpriester machen, weil dieser auch Fernkampfattacken beherrscht. Ich muss ihr zugeben, Patty ist bei diesen Kämpfen sehr nützlich. Sie tankt alles weg und ich kann hinten stehen und einfach volle Möhre draufbrettern. Man muss ja auch mal oben. Da ist wieder eins. Zusammen mit Patty habe ich mich bis zum letzten Echsenkrab durchgekämpft. Nicht mehr genug Möhre. Im Grab selbst ging's dann alleine weiter. Schade, ich hätte gerne Patty noch ein bisschen ausgenutzt. wegpast 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 wegente wegpast 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 Immer diese Stachel. Dieser Stein sieht brüchig aus. Das ist doch so ein Affe. Lieber nochmal einen Heiltrank. Was soll der Geiz? Ja, und hier kam es mal wieder zu einem kleinen Problem und ich habe keine Lösung dafür gefunden. Magie wirkt hier nicht. Dort unten ist nämlich eine Anti-Magie-Zone und man kann nicht dahin schießen. Zumindest nicht mit Magie. Also musste ich hier eine Armbrust verwenden. Das war der letzte. Ja, und damit hatte ich jetzt endlich alle Teile der Rüstung zusammen. Mit allen Teilen im Inventar bin ich zur Ältere gegangen. Der sollte mir die ganzen Bums mal zusammenbasteln. Eftiger Scheiß. Es ist vollbracht. Ja, dann ging es nochmal zur Vulkanfestung und aus irgendeinem Grund konnte ich jetzt doch Meister werden. Deshalb habe ich das auch noch getan. Und meine restlichen Lernpunkte habe ich nochmal in den Frostkristall investiert. Leere mich dein Wissen über die Frostmagie. Leere mich dein Wissen über die Frostmagie. Es sollte für dich kein Problem mehr darstellen mit mehreren Gegnern fertig zu werden. Halte sie dir vom Leib und sieh zu, wie die Kälte ihnen das Leben nimmt. Ja, und das war's dann auch schon fast mit dem Risen 1 Magic Only Run. Hier sind schon mal die Charakterwerte. Und ich muss mal wieder ganz klar sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Hatte er nicht. Die Magie in den meisten Piranha Byte Spielen ist immer ziemlich overpowered. Aber das macht das Ganze so spaßig. Bla bla bla. Und gerade das magische Geschoss in Risen 1 ist wirklich mega cool designed. Und wenn man das erstmal auf Stufe 10 hat, hält einen so schnell gar nichts mehr auf und man fühlt sich wie eine Art Super Saiyajin Light. Das Ganze hier war natürlich jetzt keine große Challenge, aber bringt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Soll heißen, wenn ihr noch nie einen Magier in Risen 1 gespielt habt, dann holt das gerne mal nach. Naja, und sonst habe ich auch erstmal eigentlich nichts mehr zu erzählen. Bleib mal ziehen. Los, hinterher! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann vermutlich in einem anderen Challenge Run wieder. Dirk! Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen. Tritt beiseite! Niemals! Du wirst Platz machen. Du kannst mir nicht entkommen. Toll. Ich kann Mendossa noch gar nicht einfrieren. Ach, Mano. Scheiße gelaufen, würd ich sagen. Dann lieber so. Dann lieber so. Ja. Tja, das war's dann wohl. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich verprügel jetzt den Titan mit meinem Hammer und geh dann schlafen. Bis dann. Ursi? Was gibt's? Was, wie, du ist, Tom? Du kannst abhauen, hm? Oder sollen wir noch was unternehmen? Hast du nichts zu tun? Naja, ich könnte den Titan noch umhauen, aber hab kein Bock. Jetzt hat er einfach das Licht ausgemacht. Jao, Ratras hier. Das Video ist vorbei. Aber da an der Seite gibt's noch andere chillige Sachen. Checkt das gerne mal ab. Möge Adanos euch schützen. Sorry. Da lief gerade ne geile Alte lang. Na ja, macht's gut, Leute.